Wie du jede Herausforderung in deinem Leben so in Gold verwandelst, das in diesem Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Raphael Bettencourt und ich zeige dir hier, wie du zu einem Meister einer Meisterin der Gesetze des Universums wirst und so dein Traumleben und Traumbusiness manifestierst. Schön, dass du wieder mit dabei bist und heute, wie du es schaffst, zu einem Alchemisten zu werden. Alchemisten sind aus den Überlieferungen die Leute, die aus Stein Gold machen konnten, die den Zustand von Dingen verwandelt haben in etwas Höheres, etwas Schöneres, etwas Wertvolleres, die quasi etwas genommen haben, was wertlos scheint wie ein Stein, Alchemie benutzt haben, in welcher Form auch immer und plötzlich wurde daraus Gold. Jetzt haben wir alle diese Überlieferungen und Geschichten gehört von den Alchemisten, die in ihrem Labor sitzen und irgendwelche Dinge miteinander mixen und puff, auf einmal ist dort Gold. Das ist eigentlich nicht das, was mit Alchemie gemeint ist. Alchemie bedeutet die innere Alchemie. Deine innerlichen Schwingungen zu verwandeln von niedriger Schwingung in hohe Schwingung, denn was passiert dadurch? Du veränderst die Realität. Du veränderst durch deine Energie das, was in deiner Realität passiert und damit auch in der Realität von vielen anderen und der Welt. Und das ist die eigentliche Magie, die eigentliche Alchemie. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, wie du egal welche Herausforderung, die gerade in deinem Leben ist, verwandeln kannst in Gold, in etwas Wertvolles, in etwas Geniales, in etwas, was deinem Weg am meisten dient. Wie genial ist das denn? Da gehen wir heute rein. Bevor wir damit loslegen, ein kleiner Hinweis. Wir haben aktuell ein schönes Gewinnspiel laufen. Und zwar, du musst eigentlich nur abonnieren. Wenn du diesen Kanal abonnierst und mehr lernen möchtest über die Gesetze des Universums, bist du automatisch im Lostop mit dabei. Und alle 30 Tage verlosen wir einmal Zugang zu unserem Magical Manifestation Program. Ein 6 Wochen Programm, wo ich dir genau zeige, wie du zum Meister der Manifestation wirst. Im Wert von 444 Euro. Das Einzige, was du tun musst, abonnieren und im besten Fall die Glocke aktivieren und du bist dabei. Dazu müssen wir erstmal einen Grundsatz verstehen. In der Welt der Quantenphysik, in der Welt der Energie, in der Welt des Bewusstseins, gibt es keine Grenzen. Das, was die meisten von uns in Problemen festhält, ist, dass wir versuchen, mit dem Kopf die Lösung zu finden. Doch dein Kopf ist begrenzt. Dein Kopf ist begrenzt. Es ist so, dass dein Kopf nur auf das zugreifen kann, was er schon mal erfahren hat und was er kennt. Das bedeutet, du hast ein bestimmtes Problem. Wahrscheinlich hast du dieses Problem zum allerersten Mal. Und versuchst jetzt hart darüber nachzudenken, was ist die Lösung. Aber dadurch, dass du die Lösung noch nicht kennst, sagt dein Kopf unmöglich, geht nicht, verloren, Pech gehabt. Das heißt, in deinem Kopf liegt nicht die Lösung. Denn dein Kopf kann sie gar nicht wissen. Doch wenn wir auf die energetische Ebene gehen, das Quantenfeld, das Quantenfeld ist quasi das Feld von Energie, in dem alle Potenziale gespeichert sind. Alles, was jemals passiert ist und jemals passieren wird, ist auf energetischer Ebene im Quantenfeld schon vorhanden. Die Frage ist nur, was in die materielle Welt manifestiert wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Alles ist vorhanden. Das heißt, jede Lösung für jedes Problem ist im Quantenfeld bereits vorhanden. Denn die Energie ist unendlich. Es gibt keine Grenze. Die Energie ist unendlich. Das darfst du dir merken. Das heißt, egal was für ein Problem du gerade erfährst, es gibt die perfekte Lösung. Du kennst sie vielleicht noch nicht, aber sie ist existent. Vielleicht kennt noch niemand auf diesem Planeten die Lösung, aber es ist existent. Ich bin mir sicher, es gibt die perfekte Lösung, um den Klimawandel zu verändern oder zu verhindern oder die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich bin mir sicher, es gibt für jedes einzelne Problem eine perfekte Lösung im Quantenfeld. Warum? Weil das Quantenfeld unendlich ist und wir diese unendlichen Möglichkeiten manifestieren können. Das ist der erste Grundsatz, den du dir bewusst machen darfst. Für jede Herausforderung gibt es im unendlichen Feld eine Lösung. Jetzt ist es so, du hast dieses Problem. Dieses Problem sorgt für Frustration, für Wut, für Trauer in dir. Du merkst, du bist genervt. Und Albert Einstein sagte schon, ein Problem lässt sich niemals auf der gleichen Schwingung lösen, wie es entstanden ist. Das heißt, du hast ein Problem und die Lösung ist auf einer anderen Schwingung. Alles ist Schwingung im Universum. Das Problem hat eine bestimmte Schwingung und die Lösung hat eine andere Schwingung. Das heißt, damit du im unendlichen Feld der Möglichkeiten die Lösung rausziehen kannst, musst du dir erstmal bewusst machen, dass diese Lösung eine andere Schwingung hat. Und dir bewusst machen, was braucht es, um diese Schwingung in das Hier und Jetzt zu bringen. Das Ganze jetzt zu manifestieren. Denn du musst dir vorstellen, du bist in dem Problem. Du fühlst die Energie von Frustration, von dem Problem, von Zweifeln. Das ist deine Schwingung in dem Moment. Dadurch bist du auf der gleichen Schwingung von Gedanken, Gefühlen und Ideen des Problems. Das heißt, dein Kopf beginnt zwar Ideen zu finden, aber sie sind auf der gleichen Schwingung, wie das Problem ist. Du wirst Gedanken haben und versuchen es zu lösen, aber es ist immer wieder die Schwingung des Problems. Solange du die gleiche Schwingung behältst, kannst du gar nicht die Idee der Lösung haben. Vielleicht kennst du diese Momente. Du hast eine bestimmte Aufgabe vor dir, eine Sache vor dir, die du lösen musst. Und du versuchst alles, was du kannst. Du bist frustriert, du bist genervt, weil du schon so lange versuchst, an die Lösung zu kommen und es passiert einfach nichts. Und dann irgendwann sagst du, komm, ich gebe auf, ich gehe jetzt schlafen. Du gehst ins Bett, du gehst schlafen, am nächsten Morgen wirst du wach, öffnest die Augen und plötzlich ist dort die Idee. Warum? Weil du in einer anderen Schwingung wach geworden bist. Weil du die Schwingung der Frustration, der Verzweiflung, des Problems losgelassen hast über Nacht. Dein gesamtes System wurde auf Null gesetzt, du wachst auf und plötzlich, boom, da ist die Lösung. Ich bin mir sicher, das hat bereits jeder von euch erlebt. Das ist genau das, was da passiert. Deine Schwingung hat sich über Nacht verändert. Dadurch können neue Ideen, neue Gedanken in dein Leben kommen. Und häufig ist es so, dass du da sitzt und sagst, ah, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Die Antwort ist so simpel. Du bist früher nicht drauf gekommen, weil du nicht konntest, weil du in der falschen Schwingung warst. Du konntest nicht auf die Lösung zugreifen, solange du nicht in der Schwingung der Lösung bist. Das heißt, wie kommst du auf die Lösung? Indem du dich hinsetzt und sagst so, ich verändere erstmal meine Schwingung, bevor ich jetzt hier groß drüber nachdenke, was ich brauche, was die Lösung ist, was gemacht werden muss. Ich verändere erstmal meine Schwingung. Und dann versuche ich nachzudenken. Dann versuche ich, Wege zu finden. Wie tun wir das Ganze? Indem du dir bewusst machst, in welchem Zustand wäre ich, wenn die Lösung bereits in meinem Leben wäre. Nehmen wir irgendein Beispiel. Du hast die Herausforderung, ein bestimmtes Projekt, was du gerade umsetzen sollst in deinem Beruf oder in deinem Business. Und du weißt einfach nicht, wie du dieses Projekt lösen sollst. Es scheint wie eine unüberwindbare Mauer zu sein, die gigantisch groß ist und du weißt einfach nicht, wie du da vorgehen sollst. Es scheint einfach keinen Weg zu geben. Jetzt setzt du dich hin und schreibst dir einmal auf, was wäre mein Traumlösungszustand. Und du musst nicht mal die Details wissen. Es reicht schon zu schreiben, okay, mein Traumzustand wäre, dass das Projekt so und so abgeschlossen wurde, so und so gelaufen ist und alle, die beteiligt sind, wundervoll glücklich sind. So, das schreibst du auf. Dann fragst du dich, wer bin ich, wenn dieses Ziel erreicht ist? Wie fühle ich mich? Wie gehe ich durch den Tag? In was für einer Energie bin ich? Wer bin ich? Und das ist die Schwingung der Lösung. Du bist dann erleichtert, fröhlich, glücklich, vertrauensvoll, dankbar. Und du darfst dann lernen, dich zu entkoppeln davon, dass dieser Zustand in der physischen Welt noch nicht da ist und jetzt schon beginnen, in die Energie zu gehen. Jetzt schon beginnen, deine Schwingung hochzufahren. Dass die Herausforderung, die Energie der Herausforderung alchemiert wird, transformiert wird in die Energie der Lösung und damit in Gold. Und was passiert dann? Das Universum reagiert einfach nur auf deine Energie. Also beginnt es dir, die Gedanken, die Ideen, die Gefühle zu schicken, die du brauchst, damit die Lösung in dein Leben kommt. Und tadaa, plötzlich hast du die Lösung und denkst dir, wow, es war so viel einfacher, als ich dachte. Das funktioniert bei allem. Bei allem, bei allem, bei allem. Egal, was deine Herausforderung ist. Lass dir nicht erzählen von irgendwem, das geht doch nicht. Weißt du, wie häufig ich gehört habe? Alleine hier unsere Reise nach Schweden. Wir sind inzwischen in Schweden, leben in Stockholm. Oh mein Gott. Ich habe von so vielen Menschen gehört. Und bevor dieses Video weitergeht, lass uns mal das, was du jetzt schon gelernt hast, festigen. Indem du unten kommentierst, ich entscheide mich, Problem XY zu verwandeln in Traum XY. Das ist quasi die Entscheidung, die du raussendest an das Universum. Ich bin bereit, zum Alchemisten, zum Schöpfer, zur Schöpferin zu werden und meine Herausforderung in etwas Schöneres zu verwandeln. Ich verwandle Problem XY zum Beispiel, dieses Projekt funktioniert nicht, in dann den Traumzustand, dass das das erfolgreichste, genialste Projekt aller Zeiten geworden ist. Schreib es mal unten rein, damit schickst du den Abdruck ans Universum und jetzt geht es weiter mit dem Video. Das ist gar nicht so einfach. Du kannst nicht so einfach hier hinziehen. Du findest keine Wohnung, das ist der schwerste Markt Europas, der teuerste Markt Europas. Ja, für Leute, die von außen kommen, ist es sowieso noch schwerer, eine Wohnung zu finden. Das geht nicht, das schaffst du nicht. Du findest kein Büro. Oh mein Gott. So viele Leute von den Experten, von irgendwelchen Steuerberatern, irgendwelchen Rechtsanwälten, mit denen ich gesprochen habe, alle erzählen mir, wie schwer das doch ist, wie viele Probleme es doch gibt und so weiter. Und ich habe immer gesagt, nein, ich lehne das ab. Das ist deine Realität. Ich erschaffe meine eigene. Ich gehe in die Schwingung davon, dass all das schon passiert ist, was ich mir wünsche. Dass Lösungen für alle Probleme da sind. Und manchmal ging es besser, dann hat es schnell funktioniert, manchmal hat es länger gedauert. Aber früher oder später ist für jedes Problem, was unlösbar war, die einfachste Lösung zu mir gekommen. Und es begann damit, dass ich erstmal die Schwingung verändert habe, erstmal in die richtige Schwingung gegangen bin, mich schon gefragt habe, wer wäre ich, wenn ich dort angekommen wäre und zack, die Lösung kam auf magische Art und Weise zu mir. Wenn dieser gesamte Prozess mit dem Umzug nach Schweden abgeschlossen ist, weil da ein bisschen mehr dran hängt, als nur mein persönlicher Umzug und Umzug des Unternehmens und so weiter, werde ich mal eine komplette Podcast-Folge machen, wo ich jede Situation mit dir durchgehe. Die Herausforderung von, Leute erzähl mir, du kannst keine Wohnung bekommen, du kannst gar nicht hier hinziehen, du kannst dein Unternehmen nicht hier hinziehen und so weiter und so fort. Und ich werde euch mal an greifbaren Beispielen zeigen, was möglich ist und wie wir das Ganze anwenden können. Und ich wäre nicht Raphael, wenn ich nicht überlegt hätte, wie kann ich dir helfen bei der Umsetzung. Denn am Ende ist es schön, so ein Video zu schauen, doch es geht darum, das Ganze wirklich in die Umsetzung zu bringen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich habe eine Session aufgenommen, die heißt, verwandle deine Herausforderung in Gold, wo wir genau das machen, diesen Switch vom Problem in die Lösung zu machen, in die Schwingung der Lösung, damit du von alleine rauskommst aus der Session und jetzt schon fühlst, als wäre es passiert, damit du dann wie ein Magnet die richtigen Ideen, Gedanken, Gefühle anziehst, die für die Lösung in deinem Leben sorgen. Das funktioniert grandios gut und das ist eine Session, die ergänzend zu diesem Wissen ist, wenn du dieses Wissen hast und die Session anwendest, dann kannst du in kürzester Zeit zum Alchemisten werden und deine Probleme in Gold verwandeln. Und aus meiner Sicht ist diese Fähigkeit, das zu können, eine der wertvollsten Fähigkeiten, denn dann bist du nicht mehr abhängig vom Außen, von der äußeren Welt, von anderen Menschen, von anderen Situationen und Informationen, sondern du kannst es erschaffen. Dann bist du der Schöpfer, die Schöpferin deines Lebens. Den Link dazu findest du unter diesem Video, dort kannst du dir diese Meditation holen. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird, kommentiere dann gerne mal, wie die Session für dich war und was du mitgenommen hast und damit kommen wir zum Abschluss von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da, damit mehr Menschen davon profitieren können. Kommentiere gerne nochmal hier drunter, was hast du mitgenommen und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klicke jetzt hier auf mein Gesicht, dort kannst du abonnieren, aktiviere die Glocke, damit du wirklich auch kein Video mehr verpasst und zum Schöpfer, zur Schöpferin deines Lebens wirst. Und hier ist das perfekte Video, was ich für dich ausgesucht habe. Schau es dir an und hab viel Spaß dabei, indem du dein Leben zu deinem Traum machst. Genial, oder? Bis bald, dein Raphael. Schöpferin deines Lebens . . . . . . Vielen Dank.